Die Sonne schien mir war ums Herz so froh. Vor einem Käfig sah ich Leute stehen. Da ging ich hin, um mir das näher anzusehen. Da ging ich hin, um mir das näher anzusehen. Nicht füttern stand auf einem großen Schild. Und bitte auch nicht reizen, dass er will. Erwachsene und Kinder schauten dumm. Und nur ein Werter schaute grimmig und sehr stumm. Und nur ein Werter schaute grimmig und sehr stumm. Ich fragte ihn, wie heißt denn dieses Tier? Das ist die Freiheit, sagt er zu mir. Die gibt es jetzt so selten auf der Welt. Und drum wird sie hier für wenig Geld zur Schau gestellt. Und drum wird sie hier für wenig Geld zur Schau gestellt. Ich schaute und ich sagte, lieber Herr, ich sehe nichts, der Käfig ist doch leer. Das ist ja, gerade sagt er, der Käfig. Und man sperrt sie ein und augenblicklich ist sie weg. Und man sperrt sie ein und augenblicklich ist sie weg. Die Freiheit ist ein wundersames Tier. Und manche Menschen haben Angst vor ihr. Doch hinter Gitterstäben geht sie ein. Und denn nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein. Und wenn nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein.